Hi Leute und herzlich willkommen zu einem neuen VoiceOver auf dem Crash Academy Channel. Es geht um die Hornet F7A. Chris Smith, der Elite Vehicle Artist, wird sie uns jetzt vorstellen. Diese Hornet ist die Militärvariante der Hornet und wird tatsächlich in Squadron 42 vorkommen. Und dafür gibt es ein komplettes Update der gesamten Hornet-Reihe, nämlich die MK2-Version. Ursprünglich entwickelt wurde früher schon für die Kickstarter-Kampagne die Hornet als das Aushängeschild von Star Citizen in der Variante F7A MK1. Jetzt wird die komplette Hornet-Reihe überarbeitet, sodass es hier eine MK2-Version geben wird, die aber parallel zur MK1-Version im Spiel existieren wird. Die F7A MK1 ist also weiterhin ein Schiff, was es in Star Citizen geben wird, aber laut Chris Roberts soll sie durch die F7A MK2 dann in Squadron 42 verewigt werden. Ja, damit bleibt also die klassische Hornet ein Sammlerstück für alle, die daran weiterhin Interesse haben. Wird irgendwann sehr selten werden, aber es wird auch die Möglichkeit geben, eben die MK2-Varianten sich zu holen. Und da wurden jetzt für die MK2-Varianten die Linienführung überarbeitet. Es gab ein komplettes Mesh-Update. Das heißt, es gibt eine ganze Liste von Veränderungen und Design-Varianten, die hier in dieses neue MK2-Modell eingegangen sind. Wobei auch die MK1-Version nach Auskunft von Chris Smith noch einmal überarbeitet wird. Auch hier soll es beim Material und beim Schadenssystem eine Überarbeitung geben. Das bedeutet, ganz abgeschlossen ist die Arbeit noch nicht. Aber bei der MK2-Version war es das Wichtigste, dass erstmal der Charakter des Schiffes erhalten bleibt. Und dafür wurde ganz viel Feedback von Fans genommen, die dann tatsächlich Änderungs- und Verbesserungswünsche eingegeben haben. Und Chris Smith berichtet, dass er so viel wie nur möglich davon aufgenommen hat, um dann ein grobes Modell des MK2-Modells der Horne zu entwickeln. Da ist er sehr, sehr viel eingegangen auf moderne Konzepte von Düsenjägern heutzutage. Die F-14, die F-19, die F-22 erwähnt er als Beispiele. Und eben alte Konzepte, um eben die Hornet-Serie an sich nicht aufeinanderbrechen zu lassen. Dabei wurde nicht nur das Schiff aerodynamischer, sondern auch die Sicht des Piloten war ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Das bedeutet, er hat das Cockpit verändert, sodass die Sichtbarkeit deutlich wächst. Die Ränder sind tiefer gezogen, die beiden Streben in der Mitte sind nun das Einzige, was auch den Blick in irgendeiner Form einschränken könnten. Und mit dem Cockpit wurde dann das ganze Schiff auch insgesamt aerodynamischer gemacht. Gerade solche Schwachpunkte wie zum Beispiel die Fahrwerke wurden jetzt an den Rumpf angebracht und sind nicht mehr an den Flügeln. Auch das war ein Backer-Feedback, was er sehr gut beachtet hat. Und auch das gesamte Heck ist nun nicht mehr so offen und hat dementsprechend eine festere Form. Der gesamte Rumpf ist jetzt nicht mehr bis zum Ball turret vorne geöffnet, sondern wirkt insgesamt stromlinienförniger und aerodynamischer. Außerdem war ein Wunsch von Chris Roberts, dass die Raketen nicht mehr außen auf den Kühlsystemen angebracht sind, ganz vorne und den Ansaugsystemen, sondern im Rumpf verschwinden. Auch das hat er getan, sodass jetzt die gesamte Hornet etwas kompakter an sich wirkt. Die Thruster wurden auch verändert, also die Manöverdüsen wurden verändert, denn jetzt sind sie wirklich um den Schwerpunkt des Schiffes angebracht. Insgesamt wurde die Version also deutlich visuell überarbeitet. Das betrifft auch die Heckflosse zum Beispiel, die sich jetzt stromlinienförmig wirklich aufsteigt und damit auch aerodynamischer ist. Das Cockpit ebenfalls, auch hier hat viel Arbeit stattgefunden. Hier wurden sich auch Modelle aus der Realität gesucht, nämlich die F-22 zum Beispiel, als Jäger, der eben sehr, sehr moderne Instrumententafeln hat. Auch wurde geguckt, dass man trotzdem beim alten Modell bleibt und etwas sieht, dass die Bildschirme nicht zu gerade und ordentlich sind, sondern dass man eben hier die Form des Cockpits nachahmt. Es gab verschiedene Farbvarianten, wie die Hornet dann aussehen sollte. Entschieden wurde sich dann wirklich für den Style-Sheet von Anvil in Bezug auf die Gladiator. Für die wurde der nämlich damals entwickelt. Also hat er Texturen von der Gladiator genommen, um die verschiedenen Materialien darzustellen und war damit sehr, sehr zufrieden, weil es damit eben auch in die Militärfamilien-Geschichte von Anvil Aerospace passt und dementsprechend es sehr gut an die anderen kommt. Entschieden wurde sich dann Schluss und letztendlich unter drei Varianten für die Grüne. Und diese soll dann auch das Schiff sein, was wir in Squadron 42 fliegen können. In diesem Sinne, vielen Dank fürs Zuhören und wir hören uns beim nächsten VoiceOver. See you on the Flight Deck.